Nudeln satt. Pasta in ihren zahlreichen Variationen gehört zur Leibspeise vieler Schülerinnen und Schüler. Ideale Grundlage, um an ihnen die Bedeutung von Nährstoffen kennenzulernen. Vor allem die Kohlenhydrate als Hauptenergie-Lieferanten sollen im Projektunterricht thematisiert werden. Weiterhin sollen die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Ernährungsverhalten reflektieren. Sie erfahren, wie verschiedene Nudelsorten auf gesunde Weise in die Ernährung integriert werden können. Einige davon werden von uns selber hergestellt. Damit haben die Schülerinnen und Schüler eins definitiv nicht. Nudeln satt.